Hallo. Tag. Hallo. Hey, rufst du vom Mond an oder warum hast du so scheiß Verbindung? Hallo. Hallo. Was willst du, Mann? Ah, deinen Wimper? Was hast du mit deinem Telefon gemacht? Rufst du aus der Badewanne an oder was? Ah, ja, okay, okay, dann. Mach ruhig, ruhig, okay, dann. Was willst du? Ich versteh dich nicht, Mann. Nein, ja, so, sie haben so ihre besondere Daten hinterlassen. Bratan. Ja, ich bin Account Manager und dann so. Der hört dich doch. Ja. Das funktioniert. Bratan. Bratan, geh mal die paar Russen. Hallo. Bratan, geh mal die paar Russen. Wieso Russe? Bist du Russe? Ich hör das doch. Nein, so. Das ist gerade kein Russe da, so. Ist gerade kein Russe da? Na ja. Wie ja? Na ja, kein Russe. Keine Russe oder ja. Mann, Alter. Was haben die mit dir gemacht? Du bist ja sowas von dämlich. Na ja, so. Sie haben so ihre persönliche Daten hinterlassen, ja. Das ist gerade eine Handelsplattform von Bitcoin. Ja, wir haben so fünf Minuten Zeit. Ich erzähle, wie das funktioniert, welche Vorteile ich habe. Das ist gerade wichtige Information. Krabbensaft. Ja. Krabbensaft. Ja. Hä? Ich... Nein. So, zehn Minuten. Gib mir noch Zeit, so. Ich erzähle dir das. Gut an mir, das. Portale noch, hier. So. Hallo. Sag mir mal, was ich mit dir machen soll. Ich weiß es nämlich wirklich nicht. Soll ich dich schlagen? Soll ich dich anmalen? Was... Was soll ich mit dir machen? Ja, ich habe... Nein, nein. so schlechten Namen, so. Was redest du da? Hallo. Ich höre dich nicht, Joseph. Ja, du rufst ja auch aus... Du rufst ja aus... Du rufst aus Novosibirsk an. Du rufst ein bisschen lauter. Du rufst ein bisschen lauter. Du rufst ein bisschen lauter. Ich rufst ein bisschen lauter. Ja. Da? Sprech ein bisschen lauter. Und wie laut soll ich denn noch sprechen? Ich meine nicht, dass es was bringt. Du bist nach wie vor einfach dämlich, aber... Sag es keinem. Ja. Ähm... So reine. So reine. Fünf Minuten Zeit. Fünf Minuten Zeit. Fünf Minuten Zeit. Ich habe den ganzen Tag Zeit. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als mich mit so absoluten Knallidioten wie dir zu unterhalten. Ist mein absoluter Lebensinhalt. Aber ja... Wieso... So... 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 So keine... So keine Interesse. Sie sind nicht der Idioten. Nein, nicht du Idioten. Ja. Meine Aufgabe ist mehr Schweinchenhandel zu machen. Okay? Ja. Sie haben so... Sie haben so ein cheers, was für diese Handel sagen. So dass Sie neu sind. Sie hat eine Erfahrung, dass ich das, und sagen, es positiv oder negativ. Und wie haben Sie gehandelt? Welche Summe ist das interessant? 30 Rubli. Was ist 30? Ja, es ist eine dämliche Verdienung, oder? Was, dämliche Verdienung? Na ja, was ist 30 Rubli? Was ist das? Ist nicht viel, ne? Kein Geld noch, ja. Ich habe ja auch gerade erst angefangen damit. Das macht dich mal nicht lustig über meine 30 Rubli, Alter. Da kann ich mir einen Zuckerwürfel von kaufen. Ja, bei uns kann man mehr verdienen als 30 Rubli. Ja, wie viel kann man bei dir denn verdienen? Erzähl mal. Ja, bei uns, bei uns. Es ist gerade 2, 3,000 verschiedene Einkommen. 3,000 Rubli? Nein, Rubli, Euro. Euro? Was will ich mit Euro, Alter? Ja, 2,000, 3,000 pro Monat. Ein passives Einkommen. Nichts tun, aber so viel Geld. Es ist gerade mit Empfehlungen. Und wenn wir zum Beispiel keine Empfehlungen haben. Das gerade, wir haben einen Finanzberater. Mit Finanzberater. Und zum Beispiel mit dem Finanzberater. Und zum Beispiel mit dem Handelsrobot, ja. Es ist voll auf dem Match. Bei ihm kann man so, wie geht es dir auch so für die Kryptowährungen und Währungen und dann so mit ... Kannst du das nochmal sagen? Ich habe es nicht verstanden. Also. Mit Roboter. Roboter. Ja, genau. Ja. Ja. Mit Roboter. Du kannst mir Geld verdienen auf die Kryptowährungen und fahren. Daimini. Roboter. Ne, gib doch her, Mann. Was? Gib mir den Roboter. Ja. Ja. Ja, also. Dann. Schon mit Roboter. Mit Roboter. Ja, du sollst mir den Roboter jetzt geben, verdammt. Du erzählst mir die ganze Zeit von Robotern. Dann gib mir auch einen. Ich will doch nicht alleine sterben. Ich will einen Roboter haben. Ja. Roboter. So eine Roboter. Auch vollautomatisch. Vollautomatisches Handelssystem. Automat Robotik. Ja. Automat Robotik. Ja. Ja, genau so. Ist Automat Robotik, ja? Und dann? Automatisches Handelssystem. Automatisches Handelssystem. Die künstliche Intelligenz. Ja, also arbeitet für 24. Der arbeitet für 24 Rubbel? Nein, Rubel. Nein, Rubel. Nein, Rubel. Wieso? Kein Rubel. Nur Euro. Das ist gerade Währung. Ja, der Europäische Währung. Ah, ganz ehrlich. Da. Naja. Wieso Rubel? Was ist Rubel, Mann? Da rollt der Rubel. Kennst du das Sprichwort nicht? Nein, nein. Roboter funktionieren mit Kryptowährungen. Währung. Währung. Europäische Währung. Aber ist das so eine Münzmaschine? Muss man da immer wieder nachschmeißen? Oder wie funktioniert das? Ja. Mit ihm? Mit ihm. Also Währungsketten. Ja, Ketten von Bitcoin. Und dann kann man alles verdienen. Was in aller Welt erzählst du für Sachen? Also mal ehrlich, ich blicke nicht durch, was du da erzählst. Hallo. Hallo. Ja, sag. Ja, sag. Sag ein bisschen laut. Ja, wie laut soll ich denn noch schreien, Mann? Das ist nicht gut für die Zuhörer. Wie viel Prozent kann man verdienen bei deiner Firma? Prozent. Ja, 30 Prozent. Drei Prozent? Ja, 30 Prozent. 30 Prozent. 30 Prozent pro Monat. Das akkumuliert alle Ketten von Währungspaaren. Und dann mit Algaritmen. Dann sehen die Juden... Stalaktiten hast du auch? Bratan, hast du Stalaktiten im Angebot? Ich brauche Stalaktiten. Was meinst du? Stalaktiten. Was meinst du? Stalaktiten. Na ja. Hast du? Was meinst du? Daimina. Stalaktiten. Diese Steine. Was bei... Diese ganz wertvoll. Nein, nein, nein. Der Stein. Der Stalaktiten. Gibt es gar nicht so... Natürlich gibt es das. Ich brauche es nicht. Was sagst du mir? Es gibt keine Stalaktiten, Mann. Ja, ich habe nicht so... Deine Meinung verstanden. Was meinst du? Welche Stalaktiten? Ja. Ich möchte... Handel machen. Handel machen. Mit Stalaktiten. Genau. Oder hast du Bitcoin, Dogecoin? Okay. Ja, mit Bitcoin auch. Hast du Bitcoin, hast du Dogecoin. Und dann Währungspaar. Hast du Ganja-Coin. Ja? Nein. Ist aber... Ist gut, oder? Ich bin so, oder was? Was mache ich? Stimmen Sie, oder was? Verstehe ich nicht. Du streitest mich nicht. Ich streite doch nicht mit dir. Ich mag dich. Nein. Ich darf nicht streiten. Aber ich frage dir. Was meinst du? Hä? Welche Aktiven? Was für Aktiven? Mit Kryptowährungen und Währungen. Ja. Währungspaare. So. Ist deutlich gesagt. Ist mit Roboter, ja? Hallo. Ja. Ja. Ja, genau. Wie heißt der Roboter? Was ist seine Name? Welche Nummer? Von Roboter? Nein. Roboter. Ja. Aber hat Roboter keinen Namen? Ja. Keine Namen noch. Einfach gesagt Roboter. Roboter. Welchen Namen noch bei Roboter? Keine Namen. Ich weiß nicht. Kursk, Mir, Stalingrad. Irgendwie sowas. Ja. Viele Menschen geben ihren Roboter einen Namen. Du gibst deinem Roboter keinen Namen. Meinst du nicht, dass der traurig ist hinterher? Ja. Na, Name, das ist gerade von Japanisch. Ja, das Japanisch produziert Roboter, dann... Was? Japanisch? Ja, das ist gerade. Japanisch? Japanisch. Aber bei uns kein Name. Einfach Roboter. Künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz. Japanischer Roboter. Okay. Künstliche Intelligenz. Japanski. Ja. 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 Das ist gut. Ja. Ja. Nachdem, nachdem Roboter kann man zum Beispiel 1 oder 3 Euro von 1 oder 3 Euro von jeden Ketten, von jeden Ketten verdienen. Aber das Ketten 10 bis 15. Auf jeden Fall das Ketten mit den Währungspaaren. Dann weg sind die Währungspaaren von Euro, Dollar und dann andere Währungen. Und dann kann man das zum Ergebnis bringen. Ach so geht das? Mensch, du bist ja... Ist ja gut, dass du mir das erklärst. Ich verstehe so einen Scheiß hier nicht. Verstanden oder was? Ja. Ich habe es jetzt verstanden, glaube ich. Ja. Also Roboter ist gut, da? Ja. Und dann verdient mit jedem Ketten, mit jedem Ketten, das Ketten, das gerade weg sind. Ein Währungspaaren von Dollar, Euro, dann hier ein chinesischer, dann nochmal Dollar, nochmal Euro. Und dann kommst du das Ergebnis. Da in Gems auf jeden Fall kann man schauen an die Handyplattform. Das installiert du diese Handelsplattform in deine Handy und dann, so kann man auf jeden Fall jeden Tag Resultaten schaffen. Resultaten, da? Ja. Ergebnis. Ich weiß, was ein Resultat ist. Im Gegensatz zu dir bin ich zur Schule gegangen, aber Dankeschön. Was ist Schulden? Schulden. Ja? Sollen wir einen Deal machen? Hallo? Was meinst du? Devoska. Nein, das ist Mann. Du? Hallo. Glaube ich nicht. Serios, na? Hallo? Ja, ich höre dich. Okay. Ja komm, wir machen Handel machen. Naja, das ist bereit so, oder? Okay, dann so. Das ist eine Funktion. Aber andere ist Finanzberater. Finanzberater. Mit einem Mann. Ja, fakt. Ich verstehe überhaupt nicht. Was für Sachen redest du? Du bist sechs Jahre alt? Nein. Nein, dieser Mann. Mit sechs Jahren. Mit sechs Jahren. Mit sechs Jahren. Mit diesen Wertenpapieren. Und diese... ...Hobstoffen, Gold. Wer als gebildete Mann? Ach, du hast auch Gold? Hast du Gold? Daimina. Daimina. Gib mir das Gold. Ja. Ja, jetzt. Sofort. Du bist völlig überfordert gerade. Hallo. Das ist was in der Sache. Ja. Ich liebe dich auch. Hallo. 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 Ja, ich höre mich auch. Ja, okay. Ich kann dich hören. Ja, was sollen wir denn jetzt machen, Baratan? Ich habe Angst, dass du dir selber was antust nach dem Gespräch, weil du fertig bist. Naja, diese... Ja. Und dann mit ihm. Mit ihm. Kann man dann... Geld verdienen auch. Mit dem... Aha. Roboter auch. Und wie ist sein Name? Was sagst du? Hallo. Hallo. Ey, Baratan, was ist los? Ja, was soll ich mit dir machen, Mann? Ist echt nicht einfach. Das hat er endlich aufgelegt.